Automation. Ihr sagt Cakewalk, was es machen soll und es macht es einfach. Nicht so wie irgendwelche Dreckskinder, die sowieso nicht folgen. Und was kann man mit der Automation? Damit kann ich fast alles automatisieren. Von Lautstärken, Panning, Effektparameter und ja, eigentlich alles, was so ein Regler hat. Schauen wir uns an. Jetzt bei Mach's dir selbst. Jauhdi, hallo meine Lieben, der Andi von Töricht hier. Und fangen wir mit was ganz Einfachen an und zwar mit Kanal abonnieren. Wir sind ja schon in der hässlichen Pulli-Woche mit über 100 Abonnenten. Schauen wir mal ein paar mehr zusammenkriegen. Ich freue mich, für mich ist es eine Anerkennung meiner Arbeit, wenn man das so schön sagen kann. Und wie schaut es zur Automation genau aus? Schauen wir uns an, an diesem Beispiel hier mit einer Lautstärke. Da habe ich jetzt diese Gitarre und ich möchte, dass die im Verlauf seiner Lautstärke ändert. Da habe ich hier unten in meiner Spur diesen einen Button hier und das ist der Button für die Automationsbahn. Und da klicken wir drauf und beim Klick wird automatisch für unsere Lautstärke eine Kurve erstellt. Die ist jetzt noch ganz gerade und der Ausgangswert ist immer der Wert, der hier bei Lautstärke drin steht. Wir achten auch darauf, dass das Smart Tool aktiviert wird. Schnellzugriff ist immer mit F5. Ich kann aber auch in der Spur an sich die Maustaste nicht drehen, sondern drücken. Dann haben wir hier auch dieses Menü und da kann ich auch hier mein Smart Tool auswählen. Und mit meinem gewählten Smart Tool kann ich jetzt auf einen gewählten Punkt in dieser Linie klicken und somit einen Punkt hinzufügen und das kann ich auch öfters machen. Und so kann ich mir dann meine Kurve einzeichnen. Die ist jetzt immer standardmäßig linear. Ich kann aber auch verschiedene Verläufe machen, indem man sich mit einem Rechtsklick auf diese Linie klicke und dann sagt Langsamer Verlauf oder Schneller Verlauf oder auch Sprung. Hier mal die verschiedenen Verläufe. Ich kann auch ganz normal Freihand Tool reinzeichnen, indem ich die Alt-Taste dabei gedrückt halte. Ebenso mit aktiviertem Smart Tool kann ich mit Klicken und Ziehen einen Bereich markieren und dann gehe ich auf den oberen Bereich und dann seht ihr auch hier, ändert sich das wieder in so einem Pfeil um. Und jetzt kann ich mit Klicken und Ziehen nach oben oder unten hier ein Dip oder eben ein, das ist ein Gegenteil von Dip. Was kann man? Aber ich habe nicht nur das Smart Tool, mit dem ich arbeiten kann. Es verbirgt sich hinter dieser Auswahl, auch dieser mit vier Wege Pfeil, das Move oder Verschieben Tool. Damit kann ich ganze Linie zum Beispiel verschieben. Das Edit lasst man weg, damit können wir beim Automationsbahnzeichnen nichts anfangen. Aber danach haben wir Draw und das Draw ist dann im Endeffekt das gleiche wie das Smart Tool mit gedrückter Alt-Taste. Nur, dass ich halt die Alt-Taste nicht dabei drücken muss. Hinter diesem Button verbergen sich aber noch mehr Funktionen. Die sehe ich, wenn ich mit der linken Maustaste drauf drücke und die linke Maustaste gedrückt halte. Dann habe ich jetzt so ein Dropdown-Menü und dann können wir uns zum Beispiel hier eine Sinuskurve auswählen. Mit Klicken und Ziehen können wir eine Sinuskurve zeichnen. Und ihr seht auch, umso mehr ich in der Mitte bin, umso kleiner ist diese Kurve und umso weiter ich nach außen gehe, umso größer werden diese Kurven. Und die Abstände sind dann abhängig von meiner aktuellen Rasterauflösung. Möchte ich bestimmte Punkte löschen, dann klicke ich mit Rechtsklick drauf und wähle dann aus Knoten entfernen. Alternativ kann ich dann hier eben in meiner Werkzeugbibliothek hier Erase auswählen. Razifummler oder wie heute bei Eichterer Dirkung in der Schule geholfen. Und damit kann ich jetzt auch löschen. Und apropos löschen, möchte ich eine solche Automationsbahn wieder komplett löschen, dann muss ich auf die Automationsbahn mit rechts klicken und hier auswählen, Hüllkurve entfernen. Was nicht funktioniert, weil hier ist ja dieser verlockende Minus-Button auf der linken Seite, da steht auch Automationsbahn entfernen, aber, und jetzt entferne ich die einmal, und dann seht ihr, dann verschwindet die, und die wird nur ausgeblendet, die ist immer noch da. Mit diesem Button könnt ihr die Automationsbahn nur ausblenden und nicht löschen. Wenn das hier bei euch übrigens im Hintergrund angezeigt wird und das nervt euch, dann geht auf Anzeige, Anzeigen, abgeblendete Daten, Anzeigen. Das war jetzt eine Methode, Automationsbahn hinzuzufügen. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit. Das nutze ich zum Beispiel immer. Schauen wir uns hier mal an. Dazu fügen wir uns erstmal einen Effekt ein. Ich nehme einen Cakewalk eigenen, der nennt sich Alias Faktor. Das ist sowas ähnliches wie ein Bitcrusher. Den fügen wir hier in unser Effekt Rack ein. Und jetzt, ganz wichtig, müssen wir auch Cakewalk sagen, dass es die Daten schreiben soll. Dazu klicken wir hier oben auf das W und schauen auch, dass es in der Spur leuchtet. Und damit ist Automationsdatenschreiben aktiv. Um Automationsdaten dann zu schreiben, müssen wir nicht auf Aufnahme drücken. Es reicht, wenn wir einfach auf Wiedergabe drücken. Und jetzt möchte ich diesen Regler automatisieren, drücke Play und regele diesen Regler. Und dann seht ihr, da unten werden jetzt auch diese Daten eingezeichnet und das war schon. Ich kann auch mehrere Regler während der Wiedergabe automatisieren. Und der zuletzt angefasste Regler wird dann hier angezeigt. Und da habt ihr es jetzt schon gemerkt, ich brauche nicht unbedingt nur die Automationsbahn, damit ich meine Automation sehe. Die ist auch hier direkt in der Spuransicht und das kann ich hier wechseln. Und wenn ich hier draufklicke, das ist unser Datenfilter-Dropdown-Menü und dann kann ich wählen meine Clips oder ich kann auch hier bei Automation genau diesen Regler auswählen. Und praktisch ist, für alle möglichen Regler, für die es bereits eine Automationsbahn gibt, ist es in Fett geschrieben und so ein farbiger Punkt daneben. Und dann ist es zumindest schon mal übersichtlicher. Möchte ich jetzt mehrere Bahnen auf einmal bearbeiten, dann mache ich mir hier meine Automationsbahn wieder auf und ist nicht das Gewünschte da, dann klicke ich hier auf das Plus, auf Datenfilter und wähle mir dementsprechend den Parameter aus, den ich bearbeiten möchte. Sollte übrigens nach dem Schreiben oder generell die Automationsbahn nicht gelesen werden, dann liegt es meist daran, dass ihr Automationsbahn Lesen nicht aktiviert habt und das erkennt ihr daran, ob dieses weiß-hellblaue R leuchtet. Und achtet drauf, das ist ein Fehler, der mir oft passiert ist und manchmal immer noch passiert. Wenn ihr mit Automationsdatenschreiben fertig seid, dann macht die W-Taste wieder aus. Das ist mir schon so oft passiert. Wenn Automationsdatenschreiben aktiviert ist, wird jeder Regler, jeder Button automatisiert und das, was ihr gedreht habt oder gedrückt habt, in euer Projekt reingeschrieben, ob ihr wollt oder nicht. Ich höre irgendwas im Loop und möchte mir einfach nur die richtigen Einstellungen finden. Vergesst, Write auszuschalten und lasst das ein paar Minuten im Loop laufen und gerade da und gerade da und gerade da und jeder Regler wird da quasi geschrieben. Und dann habe ich zum Schluss wunderschönes Chaos. Jetzt habt ihr wieder sehr viel auszuprobieren. Probiert mal die Automationsbahn aus. Schreibt mir bitte in die Kommentare, falls ihr euch noch andere Themen wünscht. Wir sind jetzt dann schon langsam fertig mit unserem Einstellertutorial. Jetzt gibt es dann im nächsten Teil noch den Export, weil wir müssen ja die Daten wieder exportieren. Ich sage mal wieder vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis dahin, Busse aufs Bauch in Berlin und Servus. Der übrige Abmordkram. Ihr wisst ja, wie es funktioniert. Ich freue mich auf euch. Oh, ist der Kopf sehr gut. Der Kopf hier geht. Vielen Dank.